Meine Katze kommt gerade zum Schmusen. Hallo Freunde. Die Katze kommt zum Schmusen. Ganz genau. I love this. Hallo Freunde, zurück bei SansRoses. Jetzt ist es beleidigt, Biesli. Ich war nicht so gemein. Und Moment, ich bin sofort wieder da. Ey, es ist genau wie gestern. Es kann doch jetzt nicht sein, ne? Nein, es ist alles okay. Ich muss nur kurz... Ja, komm her, Biesli. Dann kannst du den Teller sauber machen. Da, bitteschön. Das weg und das weg. Und es verbraucht ihr nämlich wirklich zu viel Arbeitsspeicher. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Und jetzt kann es schön weitergehen. Schön vor allem. Mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde. Was wollen wir jetzt machen? Äh, ich bin schon wieder die geile Musik hier. Leg die Karte nicht. Er legt die Karte nicht. Lass mal was anderes machen. Er legt die Karte nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Es geht gar nichts mehr. Hier ist noch einmal Versicherungsbetrieb. Hallo. Ja. Ja, das Spiel hängt. Oder so. Komm, wir machen Vanillismus. Ah, jetzt. Ja gut. Ich folge dir. Mal was entspannteres. Ja, es ist voll entspannt. Ja, wohl entspannter als Versicherungsbetrieb, oder? Ja, das stimmt. Das ist voll die geile Mucke hier. Voll die geile Mucke. Warum habe ich jetzt wieder... Jetzt hängen die Karte wieder an. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hänge ich hier wieder irgendwo fest. Haha. Freunde, ihr seht es selber. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich sehe es nicht. Ja, jetzt geht es wieder. Also, irgendwie... Das wäre ich strange. Jetzt habe ich wieder keinen Ton mehr. Aber das Spiel kackt irgendwie nach einer Zeit um die ab, habe ich das Gefühl. Ich bin hier gerade in Zombiehausen. Ja, ich nehme das mal an. Hier, mal gucken, was passiert. Überhaupt was passiert. Äh, hallo, die... Äh, danke. Ja, es passiert nix. Moment. Warum nicht? Äh, ja, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Verklopft von einer Toilette. Was ist das denn hier mit dem Spiel? Also, ich stehe hier gerade drauf. Ich glaube, wir müssen das Spiel mal neu starten, habe ich das Gefühl. Das kann ja nicht sein. Wir spielen zu lange. Das verkraftet das Spiel. Dafür ist das Spiel nicht ausgelegt. Nee, irgendwie nicht. Ja, Freunde, ich glaube. Kannst du halt auch nichts mehr machen, ne? Ja, also, das wird mir immer noch als Blaue angezeigt, aber... Ja, dann müssen wir wohl einmal tatsächlich das Spiel neu starten. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Ja, gut, wir müssen das mal neu starten. Bist du damit auch, äh... Was? Womit? Äh, einfach spenden. Äh... Weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo, hallo, wieso? Ey, die schlagen auch mal ein Auto ein, das kann ja nicht sein. Aber ich bin jetzt zwar auch hier, aber... So schiebst du bei mir in der Luft. Ich steh bei dir in der Luft? Ja. Moment, ich steh jetzt hier auch gerade gar nicht. Herr Henny? Wir sollten das Spiel mal neu starten. Hallo? Moment. Funktioniert für mich nicht? Nein, hier passiert gar nichts mehr. Ich hab weder Ton noch, äh, kann ich mich bewegen. Echt? Ja. Ich versuche jetzt, ich versuche jetzt mal zu speichern. Aber auch das... Der Fortschritt der Aktivität wird nicht gespeichert. Ja, siehst du, hier geht nämlich gar nichts mehr. So, Freunde, jetzt seht ihr auch mal, dass wir uns mit großen Schritten auf das große Finale zu begeben. Ja. Prozent ist schon mal nicht viel. Äh, wenig. Ist schon mal nicht viel, genau. Ja, dann, äh... Zurück zum Hauptmenü. Da brechen wir hier ganz kurz die Aufnahme. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Also irgendwie... So, nach der kurzen Unterbrechung wieder mit dabei. Ich habe das für dich gemacht. Ganz gut mal. Und jetzt gehen wir mal wieder zu der Banalismus-Session, die wir eben schon starten wollten. Und ich habe jetzt auch wieder... Jetzt lädt er die Karte wieder nicht. Doch. Nee. Doch. Aber was denn jetzt? Ja, doch macht er. So. Moment, ich wollte noch Geld abheben. Wieso hat er denn im Moment so Probleme hier? Ist ja unfassbar. Ja, Freunde, wir hatten heute schon mehrmals, dass Steam irgendwie abgekackt ist. Das wäre jetzt nicht so angenehm. Huch und wiffst, was denn du da? Ja. Tundenkarre. Ja. Da geht's lang. Ja, aber wieso zeigt er mir das nicht? Ach, das bist du. Was kannst du eigentlich? Oh, weißt du, ich habe hier doch neue drin, Mann. Jetzt hängt das wieder. Du willst mich doch alle am Ohr ausschlägen, oder? Jetzt stecke ich im Boden fest. Was kannst du eigentlich? Er lädt bei mir die Karte nicht nach. Ich habe keinen Sound. Geht die Mission jetzt los? Nee, wieder nicht. Nee, ich hänge hier auch gerade irgendwie ein bisschen wacker. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt? Hm. Irgendwie... Ich habe kein bisschen Audio. Ich habe keinen Ton. Wo kommen denn hier bitte die Polizisten her? Hallo. Hallo. Wir können doch nicht weiterspielen. Ich habe keinen Ton. Wieso hast du keinen Ton? Weiß ich nicht. Wieso sind jetzt hier auf einmal keine Zombies mehr? Ja, das sage ich doch. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Oh, ich kann hier noch was kaufen. Hallo. Ja. Wir können nicht weiter aufnehmen. Moment. Nee, nicht Moment. Wieso würden wir das denn hier... Ich sage doch, irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Hoppla. Ey, lass mich raus hier. Nein. Es wird mir hier angezeigt, dass ich die Immobilie kaufen kann. Dabei habe ich die schon gekauft. Deswegen sage ich ja, sollten wir mal irgendwas machen. Entweder versuche ich es nochmal auf die normale Festplatte oder... Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ja, wir unterbrechen hier nochmal ganz kurz. Ich lasse mir jetzt was einfallen und dann... Bis gleich. Lass dir mal was einfallen. Da sind wir wieder. Die Mission geht los. Vandalismus. Jetzt habe ich noch 15 Bilder. So, und... Ey, es kann noch nicht wahr sein. Es kann noch nicht wahr sein. Ich habe immer noch keinen Ton. Nein, wir müssen uns hier beenden. Aber jetzt läuft es doch. Nee, bei mir nicht. Kein bisschen. Es hängt. Es geht gar nichts mehr. Ach, ja, ja. Freunde, bis gleich. Piep. Dann muss ich jetzt hier mal den Datentransfer abbrechen. Ich denke mal, das wird der Grund sein. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt trotzdem funktioniert. Aber das Ganze... Der ganze Computer ist irgendwie langsam. Ja, weil meins wird der jetzt ja gerade alle von dem verlangst. So. Jetzt geht weiter. Oh, ich werde sterbe gerade. Moment, ich helfe die A, ich werde all this city. Das Sache, jetzt geht es wieder. Das kann auch nicht wahr sein. Hallo? Hallo? Ich habe wieder Ton. Das Bild läuft wieder halbwegs flüssig. Ja, warum? Warum? Ja, eben ging es nicht. Ey, Mann! Was denn? Bist du eigentlich? Ach, da. Diese ekelhaften Zombies. Oh, nee. Was hier? Das geht immer noch nicht so super. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Es ist schlimmer wie bei Resident Evil hier. Mein Gott. Jetzt habe ich wieder nur noch so wenig Bilder. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Aber ich muss eigentlich mal ein, zwei Teile rendern, dass ich mir Platz habe, ne? Es wird wahrscheinlich jetzt hier ein kürzerer Teil. Oh, quick and teleport. Aber jetzt nur das hier machen werden. Und dann bin ich hiermit immer noch nicht zufrieden. Ey, so kann man noch nicht spielen. Meinst du? Ja. Ich muss gleich mal ein, zwei Teile rendern. Ich bin Platz mal weg. Das werden wir schon wieder nicht schaffen hier. Ich geh mal wieder ein bisschen weg. Nicht mehr nachlaufen. Warum nicht? Ja, weil wir uns aufteilen müssen. Ey, ich hasse Zombies. Es gibt nichts Schlimmeres als Zombie. Doch, wie ich als Zombie. Ja. Alter, Vater. Mach dein Vater nicht schon wieder älter, als er ist. Doch. Oh. Nee, also ich glaub nicht, dass er das schafft. Naja, das hab ich auch so das Gefühl. Problem ist, dass hier ja nur Zombies sind. Das Problem ist, dass ich nicht vernünftig laufen kann. Haha. Oh, ein Kloschlüssel läuft amok. Aber echt, ey. Tja, das schafft man noch nicht mal ansatzweise. Ich glaub, das ist auch die Schwere hierbei, weil, hier kommen ja wie gesagt nur Zombies und die bringen nicht wirklich viel. Nicht jetzt aber wahrscheinlich mehr geschafft, wenn das Spiel von einem wie laufen würde, Mann. Ja, gut, das kann natürlich noch nicht sein. Deswegen, wenn ich gleich, wie gesagt, ein bisschen was Rändern und dann sehen wir mal weiter. Das heißt, wie man das Spiel heute doch nicht fertig. Naja, ich hab noch Zeit. Also, ich denke mal, so ein, zwei Teile, Renner, das war maximal 20 Minuten oder so. Ah ja. Dann haben wir immer noch eine Stunde Zeit. Oder anderthalb. Geht ja überhaupt nicht. Wie soll man das machen, ey? Scheiß Zombies. Ja, aber wirklich, ey. Ah, jetzt kommen hier mal ein paar Autos. Die Autos hab ich auch schon gefahren, aber das reicht lange nicht. Ah, ist so still, wenn keiner was sagt. Ach nee. Das ist ja die Erkenntnis des Jahrzehnts. Das blieb's gerade noch ein bisschen besser, aber... Das kam mal wieder viel zu spät. Naja. Naja, noch 13 Sekunden. Ey, das hätten wir auch so nicht geschafft. Naja. Ja, Freunde, ich denke mal, da werden noch ein paar Missionen sein, die wir wahrscheinlich dann doch nicht heute schaffen werden. Ja, das glaube ich. Guck mal, da hinten ist er schon wieder. Wo wir dann deutlich länger dran arbeiten müssen. Wir beenden hier den Teil, äh... Ist die Zeit jetzt schon erreicht? Ja, 15 Minuten, knapp. Ja, das denke ich mal, ist dann okay. Gut, dann, äh... Sehen wir uns hier gleich weiter bei euch, äh, morgen. Auf dem Monitor. Genau. Bis dann und ciao. NRW bei 18. Adieu.